Das 65er Mustang Cabrio, GT-Instrumente, nostalgische Radio mit MP3-Einschluss, modernem Radio dahinter, Grand Holzlenkrad, Sitzbank vorne, Pony-Sitze, elektrisches Verdeck, sehr sehr viele Neuteile, sehr gutes Spaltmaß, Wildletter-Reifen, Bordfelgen, Reservierat fehlt noch, hier auch, alles in einem hervorragenden Zustand, Neuer Tank, Neuer Korn, Neues Verdeck, neue Verdeckplane, neue Türgriffe, neue Schlösser, neue Spiegel, neues Armaturenbrett, komplett neue Innenausstattung, Scheibenbremsanlage von Willwood, also mit Aluminium-Sätteln, innen belüftet, auch hier sehr sehr gutes Spaltmaß, sehr gute Lackierung, neue Windschutzscheibe, meiste Chrom ist alles neu, Vorderachse ist neu, muss noch eingestellt werden, Bremse muss noch etwas nachgestellt werden. Motor ist neu, Getriebe ist neu, Bremskraftverstärker ist neu, gesamte Bremsanlage ist neu, alle Motoranbauteile sind neu, Aluminiumkühler ist neu, keine Kosten gescheut, um dieses Mustang Cabrio mit sehr sehr guter Basis wieder aufzubauen. Bremskraftverstärken Vielen Dank.